In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Brandanschlag auf das Reichstagsgebäude in Berlin unternommen. Gegen 0.30 Uhr sollen sie eine brennbare Flüssigkeit auf eine Spanplatte gegossen und diese angezündet haben. Die Spanplatte sei ein provisorischer Ersatz für eine Fensterscheibe auf der Ostseite des Gebäudes am Friedrich-Ebert-Platz gewesen sein. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot vor Ort an, musste jedoch nicht mehr eingreifen. Die Berliner Polizei und Beamte der Bundestagspolizei waren schnell vor Ort. Der oder die Täter sind flüchtig. Ob Überwachungskameras am Gebäude diese aufgezeichnet haben, sei noch nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.